Hast du schon die Diskussion auf Social Media um ein Video von mir gesehen? Nee. Ich habe bei einer Diskussionsveranstaltung mit Funktionären einige Themen angesprochen, die ich für wichtig halte. Was heißt, ein Kind kriegt eine warme Marze in Österreich? Wisst ihr, dass die billigste warme Marze in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ja, das ist nicht. Ein Herzberger bei McDonalds. 1,40 Euro. Und immer waren sie warm und lecker. Ich bin jetzt noch Pommes dazu drauf, das sind 3,50 Euro. Hunger kriege ich gleich, wenn ich einen McDonalds ziehe. So, und es behauptet wirklich eine Ernstkraft. Wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Das ist doch alles nicht mehr normal. Jetzt können wir noch darüber reden, ist gesund. Dann muss ich was anderes tun. Schierwolls auf einmal hinein, den Loppertbrei. Und ich bleibe dabei. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Bist du noch normal? Nee. Tschüss. Ciao. Hier. Ciao.